Bei diesem Video habe ich mich gewundert, mit wie vielen 5 Kilo Platten ich Ringdips machen kann. Die erste war easy, die zweite auch, die dritte, die vierte, die fünfte. Die Länge der Kette vom Dipgürtel hat nicht mehr gereicht. Aber zum Glück hatte ich meinen roten Hit the Rings Ringgürtel dabei, der nicht nur mehrere hundert Kilo hält, sondern mit 4,50 Meter auch lang genug ist, um alle Gewichte zu tragen. Die sechste, die achte Platte und sogar die zehnte. Mehr 5 Kilo Platten hatte das Gym in Bali nicht. Folge jetzt für mehr.